Musik 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 Ja gut, ein schweres Spiel für uns heute hier in Auswärtsspielen Musik Musik Wir werden einfach viel über die Außen probieren, natürlich das ist wahrscheinlich und wir werden aggressiv spielen, den Gegner müde spielen Musik Musik Ich denke hinten raus werden wir dann die Sache klein machen Musik 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 Wisst ihr was da auch immer ist? Ein Werkzeug Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, also, war ein schönes Konzert, ich meine dafür, dass es Vollplayback war, haben wir wirklich alles entgeben, ich kannte jetzt nicht jeden Einzelnen, der auf der Bühne war, aber das waren nette Leute zum Teil, ganz verblüffend, da neben mir hat eine Frau gesungen zum Beispiel, das war toll, da hat einer am Keyboard gesessen, der hatte fast keine Haare, naja, aber trotzdem mitgebracht, nee, war schön, ich finde das teuer, wenn so Menschen sich zusammenfängen und sowas spontan machen, das ist eine tolle Sache. Vollklasse Auftritt, wir hatten ein super Publikum hier in Freden und das nehme ich mit bis an mein Lebensende und ich komme gerne wieder hierher. Tschüss Freden! Musik 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 Musik